Herzlich Willkommen bei Lehmann Audio. Im heutigen Broadcast geht es um den Black Cube Statement. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Es geht heute um unseren Black Cube Statement. Das ist das Einstiegsgerät von unseren ganzen Phonoforverstärkern. Und der spielt aber, das darf ich mit Fug und Recht glaube ich sagen, definitiv weit über seiner Preisklasse. Und der Black Cube Statement zeichnet sich dadurch aus, dass er eine sehr, sehr rauscharme Verstärkung hat. Das heißt, wir hören die Musik und sonst nichts. Wir haben vier verschiedene Verstärkungseinstellungen von 31 dB bis 61 dB. Können also praktisch einen sehr großen Bereich an Tonatnippern anpassen. Und generell ist es so, dass die Verstärkung unabhängig von der Impedanz einstellbar ist. Dann haben wir auch noch einen Steckplatz für eine Wahlimpedanz. Das heißt, selbst wenn die vorhandenen Widerstände von 1 Kiloohm oder 100 Ohm mit dem MC-System, was man verwendet, nicht kompatibel sein sollten, dann kann man einen beliebigen Wert da reinstecken an diesen Steckplatz und damit also eine optimale Anpassung gewährleisten. Es gibt einen sehr hohen Kanalgleichlauf. Das heißt, die Bauteile sind sehr eng toleriert. Und das führt dazu, dass das Stereo-Bild sehr, sehr, sehr stabil ist. Das heißt, es wackelt nichts in der Abbildung. Also ein Bläsersolo zum Beispiel bleibt da, wo es ist und geht nicht über die Tonleiter dann irgendwie im Stereo-Panorama flöten. Insgesamt gibt es durch die ausgeklügelte Schaltung des Black Cube Statement auch eine sehr gute Abbildung von Räumlichkeit, Impulsen und Klangfarben. Und natürlich ist der Black Cube Statement, dadurch, dass er so klein ist, sehr nah am Plattenspieler aufzustellen. Der Black Cube Statement wird, wie übrigens alle Lehmann-Audiogeräte, komplett in Deutschland hergestellt. Und natürlich wird auch jedes einzelne Gerät vor dem Verpacken auf Herz und Nieren geprüft. Und dazu haben wir einen Messplatz von Audio Precision. Übrigens verwendet Weltmarktführer Ortofon schon seit 2006, also seit der Markteinführung des Black Cube Statements, diesen zur Systemfertigungs-Endkontrolle. Das heißt, jedes Ortofon-System, das aus Dänemark kommt, ist schon mal an einen anständigen Phonoverstärker angeschlossen gewesen. So sieht unser Black Cube Statement aus, wenn Sie ihn vom Fachhändler bekommen. Nach dem Öffnen der Verpackung sehen Sie das Audio-Teil, das Netzteil und das ist nicht updatefähig mit dem PWX, den Primäradapter, die Bedienungsanleitung, den Geräteprospekt und eine Garantieregistrierung mit Umschlag, wenn Sie Ihr Gerät per Post registrieren möchten. Auf der Lehmann Audio Website ist aber auch eine bequeme Online-Registrierung möglich. Zusätzlich ist noch enthalten eine Tüte mit Jumpern und Imbusschlüssel für den Expertenmodus. Dazu kommen wir später. Der Black Cube Statement ist eine sogenannte Inline-Phono-Vorstufe. Das heißt, auf der einen Seite des Gerätes sind die Eingänge, auf der anderen Seite des Gerätes sind die Ausgänge. Da, wo die Eingänge sind, ist auch die Masseklemme. Das heißt, wenn der Plattenspieler ein separates Masserkabel hat, kann man das hier anschließen. Und da kann man also wahlweise 4mm-Verbinder nehmen oder man kann Kabelschuhe nehmen oder man kann einfach ein offenes Drahtende nehmen. Und auf der anderen Seite ist dann der Anschluss für das Netzteil. Die wichtigsten Konfigurationsmöglichkeiten sind über die DIP-Schalter auf dem Gehäuseboden zugänglich. Und das Gerät ist, so wie es aus der Verpackung kommt, direkt auf MM eingestellt. Das heißt, wer ein MM-System an seinem Plattenspieler montiert hat, der braucht einfach nichts mehr einzustellen. Es gibt bei dem Black Cube Statement auch noch den Expertenmodus. Dazu wird dann der Deckel abgeschraubt und das Innere freigelegt. Dazu kommen wir jetzt. Wir haben im Inneren des Black Cube Statement die Möglichkeit, sogenannte Wahlimpedanzen ohne Lötarbeiten zu bestücken. Da sind dann hier diese kleinen Stecksockel für zuständig. Und wir haben die Möglichkeit, die Gain-Jumper zu ziehen für die Zwischenverstärkungsstellung. Das heißt, in der normalen Konfiguration, wenn der Deckel drauf bleibt, haben wir die Umschaltung zwischen 41 und 61 dB. Und wenn wir die Gain-Jumper hier ziehen, dann haben wir die Umschaltung zwischen 31 und 51 dB. Da sind dann die Möglichkeiten gegeben, mit speziellen MC-Systemen zu arbeiten oder auch MM-Systemen zu arbeiten, die enorm laut sind. Und das führt dann zu besseren Ergebnissen. Die Gain-Jumper sind im Auslieferungszustand aktiv und die kann man halt bei Bedarf ziehen, um die Verstärkung zu senken. Man kann aber auch zusätzliche Jumper bestücken. In dem Fall haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel einen Bassfilter zu aktivieren. Das greift dann bei 50 Hz an. Das ist dann die 3 dB-Frequenz. Von da ab dann 6 dB pro Oktav nach unten. Dieser Bassfilter kann Sinn machen, wenn man zum Beispiel viel verwelte Schallplatten hat oder wenn die Lautsprecherboxen sehr nah an der Wand stehen. Oder auch einfach nur, wenn die Lautsprecherboxen, die man hat, ohnehin sich darüber freuen, sozusagen klanglich von den ganzen Bassanteilen untenrum entlastet zu werden. Zusätzlich haben wir hier auch noch Jumper, mit denen wir die Ausgangskondensatoren brücken können, um also praktisch da noch einen reineren, einen klareren Klang zu bekommen. Und das sollte man aber definitiv nur machen, wenn man denn wirklich auch weiß, dass die nachfolgende Eingangsstufe über einen DC-Schutz verfügt. Weil, wenn die Kondensatoren überbrückt sind, die Ausgangskondensatoren, könnte eine kleine Gleichspannung am Ausgang anliegen. So, jetzt kennt ihr den Black Cube Statement. Wenn ihr mehr möchtet, zum Beispiel eine höhere Maximalverstärkung, auch für besonders leise MC-Donatnehmer oder einfach schlicht eine noch bessere Klangwiedergabe, also mehr Details, mehr Musik oder die Möglichkeit, dann noch das Gerät mit einem besseren Netzteil abzugraden, ja, dann schaut euch doch mal unseren Black Cube an. Und wenn ihr darüber hinaus auch noch deutlich bessere Steckverbinder haben möchtet, einen umfangreicher einstellbaren Bassfilter und Frontplatten, die in drei verschiedenen Farben erhältlich sind, dann würde ich vorschlagen, guckt euch direkt den Black Cube 2 an. Ja, das war es von mir für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und nun wünsche ich viel Vergnügen mit euren Schaltplatten. Das war es von mir. Untertitelung des ZDF, 2020